Als duale Studentin der BWL Medien- und Kommunikationswirtschaft ist man in vielen verschiedenen Bereichen tätig, zum Beispiel von der Konzeption bis zur Fertigstellung eines Medienproduktes oder auch zum Beispiel bei den Online-Dienstleistern, die die lokalen Unternehmen in der digitalen Vermarktung unterstützen. Des Weiteren kann man dann auch noch ins Marketing oder in den Abo-Service reinschnuppern. Während des dualen Studiums bei der neuen Pressegesellschaft lerne ich alle betriebswirtschaftlichen Bereiche wie VWL, BWL, Kostenrechnung, Marketing und Mitarbeiterführung kennen. Des Weiteren auch die rechtlichen Hintergründe, die für das Unternehmen wichtig sind. Dabei ist es besonders wichtig, teamfähig, selbstständig und natürlich kommunikativ zu sein. Ich habe mich für dieses duale Studium entschieden, weil ich die Verbindung aus Theorie und Praxis sehr gut finde und für mich ein reines Studium an der Universität nicht in Frage kam. Am meisten Spaß macht mir in meiner Arbeit die aktuellen Themen der Medienbranche mitzuerleben und natürlich die Abwechslung im Arbeitsalltag.